Mein Name ist Captain Roy Dent vom Raumschiff Iron Halix. Wir befinden uns seit einigen Tagen im Sektor 509, um den Planeten Terron 5 zu finden. Ein Planeten, der ein Artefakt besaß, was wir brauchten. Wir wurden von der Oberfläche beschossen. Irgendetwas hat uns im Schiff angedockt. Und genau das war auf dem Weg zur Brücke. Bei der angreifenden Spezies handelte es um die Kress, eine bösartige Theroidenrasse, die alles Menschliche auslöschen wollte. Wir hatten nur die Möglichkeit, auf den Planeten herunter zu gehen und nach dem Artefakt zu suchen. Wir waren überrascht, das Volk der Kress hier draußen anzutreffen. Waren Sie auch unter dem Artefakt her? Wir mussten uns einen Plan ausdenken, der unser Überleben sicherte. Vor allem das Erreichen des Artefaktes war wichtig. Der Käpt'n der Iron Halix ist auf dem Planeten. Findet ihn, unseren ersten Offizier. Sofort! Notzloser Widerstand, Käpt'n! Wir werden euch besehen! Ist sie noch am Leben? Sie könnte uns noch nützlich sein. Unter Umständen. Lass den Käpt'n zurück. Sein Sauerstoff reicht nicht und sein Schiff wird er niemals wiedersehen. Sie hat mich zurückgelassen. Ich konnte mein Schiff nicht erreichen, aber ich schwörte Ihnen nachher für immer. Sie werden sich für die Schiff Wire titeln. Vielen Dank.